Musik Es ist ein lokaler Verein zur Unterstützung von Kindern. Er entstand aus der Idee heraus, für Kinder da zu sein, diese aktiv zu fördern und die Entwicklungschancen für alle Kinder zu verbessern. Ich sehe hier eine ganze Menge Gäste im fast voll besetzten Saal des Fritz-Freudelhauses. Das finde ich klasse. Und vielleicht haben wir zwei momentan den letzten Platz, weil es sieht so wunderschön bunt und farbig aus in den ganzen Kostümen. Ein großes Dankeschön geht an den Bürgermeistern Herrn Manfred Oppel, Herrn Stadtrat Paul Puma sowie den gesamten Magistrat der Stadt Kenzterwald. Nämlich, dass wir dieses Jahr wieder dieses Festival Sounds of Rainbow in diesem schönen Saal ausrichten dürfen. Unser Team von Sounds of Rainbow, manche nennen das auch kurz SOR, und fast mehr als 30 Personen, die tagkräftig das heutige Festival organisiert haben. Wir haben fast vor einem Jahr angefangen, um alles hier zusammenzutragen, mit den Leuten, die Sie vor, auf und auch hinter der Bühne vielleicht nicht sehen werden, um das Ganze hier auf die Bühne zu bringen. Den von der Stadtverwaltung und auch nicht zu vergessen den stets hilfsbereiten Hausmeistern hier, möchten wir ein großes Lob aussprechen. Herzlichen Dank! Ich freue mich, dass ich heute viele Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit meiner entzündenden Kollegin Schilpa Bajaj ansagen darf. So many people at one place, it feels really great. On behalf of City of Kelstabar, KFK, I, Silpa Bajaj, with my co-host Stefan Lauster, welcome you all to Sounds of Rainbow 2018. It's an honour to address beautiful audience who have come here. And we would like to take an opportunity to thank you all for giving your precious time to us. I would also like to give a brief thank you to Mr. Makeup, Manfred Markman and Mr. Counsellor Rahul Kumar and the entire Ministry of City Kelstabar and KFK for supporting and making this event happen again in the same beautiful auditorium. Thank you once again. Thank you. So let us begin this evening by a small introduction to the founder of KFK. My co-host, the founder of KFK, with Mr. Brown. Das Fotografieren und Filmen hier ist erlaubt. Sicher haben wir ja auch alle dran gedacht, uns für Handys und Smartphones dabei auf Lautnuss zu schauen. Sie als aufmerksames Publikum haben sicher die ganz vielen Kameras hier gesehen und bemerkt. Wir nehmen das auf und auch Big City TV aus Wiesbaden zeichnet das auf und das werden Sie die nächsten Tage auf Internetseite oder Facebookseite von Big City oder KFK Rainbow sehen. Das Rauchen ist nur erlaubt in den Raucherbereichen, die sich außerhalb bei den Eingangen befinden. Und leckere indische Köstlichkeiten und erfrischende Getränke versüßen in die Pause, die wir in der Mitte des Programms haben werden. Unser Gretor Ruchi aus Frankfurt erwartet Sie nämlich mit einem abwechslungsreichen Buffet im Foyer draußen. Und wenn es dann mal so viel Tanz und Musik nicht mehr ruhig auf den Stühlen und Sitzen hält, kann bei uns gar Aftershow-Party selbst aktiv werden. Und DJ Osman wird die Halle mit seiner Musik zum Weg bringen. Danke Stefan für uns zu introduzieren. Liebe Zuschauer, Sie werden sich selbst herausfinden, wie die Kulturellen, die Kulturelle, 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 die Kulturelle. And I assure you all are going to have a wonderful evening. I know you might all be waiting for the start of the event. So now let us start the event by a tradition of Light Lamping Savani. I would just like to give two sentences of Hindi for the Light Lamping Svavani. Saraswati Mahabhage Vithyakamala Lohjane Vithyarupe Vishalakshi Vithyam Dei Namostute Which means, we pray Lord Saraswati to bless us with knowledge and wisdom. Und für die Lichtzeremonie bitte ich nun folgende Person auf die Bühne. Den Bürgermeister der Stadt Gelsterbach, Herr Manfred Oppel. Die Generalkonsulin der Republik Indien, Frau Vavita Prakal. Den Vorstand des Graafraat, Herr Ratsch, Humana. Den Landrat des Kreises Groß-Gerau, Herr Thomas Will. Frau Sabine Bechtle-Scholz, Mitglied des Hessischen Landtags. Die Stadtverwappneten Vorsteherin Helga Oehne. Und der Welchenhaber, das Mainz-Svog, Herr Anton Pfeiser. Herr Oppel, darf ich Sie nun bitten, die Pflicht zu entfassen? Glierteier! Arm! Glierteier! Applaus Applaus Ich möchte Sie bitten, auch noch ein wenig mehr auf der Bühne zu bleiben, weil wir möchten auch gerne weitermachen mit einer weiteren Tradition, und zwar der Tradition, Geschenke zu übergeben zu Beginn einer Zusammenarbeit oder Freundschaft und das zu sehen als Grundstein unserer Festigung der Reziehung. Applaus Und dazu bitte ich noch weitere Personen auf die Bühne, und zwar den Stadtrat Raul Kumar, den KFA-Generalsekretär Sorinder Kumar, den ersten Stadtrat Kurt Linnert, den KFA-Kassenführer Ralf A. Mende und den Vorsitzenden der DTKP Kumar. Applaus Wir beginnen die Zeremonie mit dem Herrn Bürgermeister Manfred Buckel und dem Herrn Ratsch-Pumar. Die Stadt überliegt dann den KFA-Kassen. Applaus Ja, aber es gibt auch noch ein Gegengeschenk. Von dem Graf Karat an die Stadt, zurück. Applaus Weiter dann mit Herrn Raul Kumar und der Generalkonsul, Frau Bakar. Applaus Applaus Wir machen weiter mit dem Stadtrat Herrn Kurt Linnert und gehen um die Frau Sabine Wüstl-Scholz, und geht des Landlands. Soll das sein. Und dann, bleiben Sie bitte noch. Es gibt nämlich, müsst ihr was rein vom Land und der Stadt? Ja, wir machen das hier alles gegenseitig. Ha! Und dann zum Schluss noch unseren Kassenführer von KfK, Herrn Amende und die stadtverordneten Vorsteherin, Frau Öde. Also ein Geschenk von KfK an die Stadt wiederum. Applaus Applaus Und zurück von der Stadt an den KfK. Applaus Okay. Das war das Delta-Druck der gemeinsamen Geschenke. Und wir machen dann weiter mit Gesang. Applaus Und die beiden Brüder, wir haben fleißig geübt und geprobt. Und heute singen sie uns hier ihr Eröffnungslied. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, wir haben uns schon so auf euch gefreut. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, wann gibt's schon bald einen Tag so wie heute. Applaus 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 Well done, we welcome you, welcome you today. We're so happy and delighted to have you here today. Well done, we welcome you, welcome you today. We're so happy and delighted to have you here today. Well done, we welcome you today. We're so happy and delighted to have you here today. Well done, we welcome you today. We're so happy and delighted to have you here today. Well done, we welcome you 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 today. 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 Musik ist die beste Sprache der Welt. Musik verbindet uns Menschen und dadurch, dass wir zusammen feiern und musizieren, ist es eine Brücke, die uns verbindet. Und darum geht es in dieser Veranstaltung, eine Brücke zu bieten zwischen mir und allem, sowie drei Zirn und neuen Aktivitäten dieser Generation. So, dann willkommen auf Sounds of Rainbow. Welcome to Sounds of Rainbow. Wir sind eine multikulturelle und eine multinationale Stadt, ein Flughafen mit unterschiedlichsten Nationen und eine solche Veranstaltung trägt für die Gemeinsamkeit unseres kulturellen Lebens bei. Es ist am 21. April 2018 in Frankfurt-Kelsterbach mit den mehreren internationalen Flughafen hier im Frankfurter Main. Die Veranstaltung wird um 17 Uhr beginnen und wir gehen bis 23 Uhr und es wird reichstisch gesungen und getanzt. A lot of people with different nations come to a great festival for music in our town, Kelserbach. I am proud of this. Wir freuen uns, dass sie dabei sind, denn es sind sehr zahlreiche Künstler da, die unter anderem live ihre Musik und ihr können präsentieren werden. Und Kinderauftritt, bis hin zum Profi, sind alle dabei. Seien Sie dabei, bringen Sie Ihre Familie mit und machen Sie einen schönen Abend in einer harmonischen, einer farbenfrohen Umgebung hier in Kelserbach. Und Kinderauftritt, bis hin zum Profi, sind alle dabei. Es macht uns super stolz, dass so viele Menschen Interesse zeigen und die Veranstaltung besuchen. Und es hat auch sehr viel Mühe gekostet, sehr gut für die Veranstaltung zu machen. Und es ist ein super tolles und unbeschreibliches Gefühl zu sehen, dass es bei jedem extrem gut ankommt und sich so viele Leute für die Veranstaltung interessiert. Wir möchten uns das besser und möchten auch den Pallon und den Menschen zeigen, schauen wir, wir sind nicht abhängig von unserer Kultur, wir sind nicht abhängig von Sprachen, sondern wir können mit der Rabah zusammen reden. Ich freue mich auf das Festival, ich freue mich, die ganzen Leute zu sehen. Meine ganzen Freunde, die ich teilweise über ein Dankeschön gesehen habe, dass ich sie hier willkommen heißen kann, dass ich sie auch mal drücken kann und denen die Hand geben kann. Darauf freue ich mich das ganze Jahr. Ich freue mich schon meistens, dass viele Menschen kommen und ich die Offsetter sehen kann, mit dabei sein kann, auch helfen kann. Die Künstler privaten treffen darf, wie man sonst nicht sieht. Ich mache aber eher für die Catering, auch mit der Aufnahme, sondern darf, dass alle Gäste, alle Freunde, alle Künstler mit essen, so wahnsinnig. Also macht mir das echt wahr. Ich bin äußerst zufrieden, ich bin äußerst glücklich. Entendlich ist es so weit, dass wir die Leute wieder lösen können. Entendlich ist es so weit, dass wir zusammen feiern können und tanzen können. Und das ist das, worum wir schon ein Jahr lang gearbeitet haben, dass wir alle Beteiligten zusammenführen, mit Künstler zusammenführen. Und heute bin ich sehr belassen, heute bin ich sehr ruhig, weil wir alle Beteiligten, alle Ablöcke soweit geplant haben. Also wir sehen uns. To make a single event, it takes not only a one person, not only a day. I think we are working for this event from past one year. Und trust me, everyone worked really hard and put lot of effort to make this event successful. On moving ahead, I would like to call upon stage our respected guest, Council General of India, Frankfurt, Mrs. Pratiba Parker, to speak few words. You have made all of us proud by your distinguished work in numerous capacities. Please welcome on stage, Mrs. Pratiba Parker. Good evening everyone, Mr. Marfrad Othal, Mayor of the city, Sir Rahul Kumar, and the entire team of the Council of Renmo. Very congratulations to all of you for organising this wonderful function here in a very beautiful city of Kelstabach. I just passed through the road and I found that city is really, really beautiful. So I am very happy to be here and on this beautiful day, you are presenting these colors of rainbow to the city of Kelstabach and presenting them the Indian culture. I am really proud of all of you and I thank both of you for supporting us because this is one of our tasks. And you are actually acting as a cultural diplomat or cultural ambassadors for India. So thank you so much. I don't want to waste time or disturb you or be an obstacle between you and this colorful program. But I think you will really enjoy it and just, I will just add one line that yesterday our Prime Minister was here to wish Chancellor Merkel and in last one year this is his third visit. So it shows that how India and Germany relations are going, they are becoming stronger day by day and this, this is a symbol of our friendship, this cultural program. So I think please all of you accept this with love and I thank you all. Thanks a lot. Thank you so much Mrs. Parker for devoting your precious time and enjoying us with your words of wisdom and experience. Next I would like to call upon stage a statue of knowledge and experience. I would like to call upon stage a statue of knowledge and experience. I would like to call upon stage a statue of knowledge and experience. Please welcome him. Hello. 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 Yes, hello. And I wish vocês were able to name one sight towards the building in the call. Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. Thank you. 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 Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you. 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 Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Hey. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. 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 Yeah.